Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge und das Winterfest war für sie auf jeden Fall erfolgreich und sie hat ihre 500 Punkte bekommen. Hier, wir haben jetzt 1690, wir werden noch ein bisschen sparen, aber wir haben auf jeden Fall ein paar coole Sachen, die wir dann halt einlösen können. Die Kinder sind schon wach, sie hat gerade Level 3 in Kommunikationsstunden erreicht. Wenn wir heute das Kind bekommen, werde ich ein neues Krankenhaus platzieren, weil ich möchte mal ein bisschen Abwechslung haben, außerdem sieht das Krankenhaus von EA echt nicht so toll aus. Und ich habe mir gedacht, wir sparen ja gerade darauf, dass wir dann in das neue Haus ziehen können und ich dachte, wir können vielleicht diese Gelegenheitsjobs machen. Also ich weiß nicht, ob es halt theoretisch dazuzählen würde, dass sie einen Job hat und eigentlich ist das ja gegen die Regeln, aber ich denke mir halt so, I don't care. So, und außerdem möchte ich das halt auch mal erkunden, weil ich habe noch nie so einen Gelegenheitsjob gemacht und deswegen gucken wir uns das mal gemeinsam an. Wir haben irgendwie noch Post gehabt. Oh mein Gott, das ist da ganz schön viel Post. Kannst du bitte, also die Saat-Packages, die behalten wir ja und das können wir alles verkaufen. OMG, das ist ein bisschen was an Cash und ich finde es sehr, sehr gut, denn das Geld kann ich gebrauchen und wir haben bestimmt im Haus das Inventar jetzt auch ein bisschen Stuff bekommen. Drei Teller, wuhu! Na gut, immerhin. Jetzt sind wir schon bei 85.000. Wir brauchen 160.000, ne? Besser wäre ja sogar noch ein bisschen mehr, weil wir ja noch ein paar Besorgungen machen müssen, wie zum Beispiel den Mülleimer. Aber den Mülleimer können wir auch einfach mitnehmen. Wenn wir eher 160.000 sparen, würde ich glaube ich mehr Sinn ergeben. So, die Kids müssen auf zur Schule. Viel Spaß. Die ganzen Projekte waren natürlich gut, das ist schön. Das bringt die alle weiter in ihrem Leben. So, dann können wir ja gleich mal Gelegenheitsjobs finden. Ich bin richtig gespannt. Also, ich habe mir das halt nur einmal kurz im Inselleben-Review-Ding da, erste Eindrücke-Video. Das ist das Einzige, wo ich das halt mal ein bisschen angeguckt habe. Aber das war es halt dann auch schon so. Also, ich habe ja nie einen Job gemacht, deswegen ich bin gespannt. Also, es wird jetzt nichts Krasses sein so, aber es würde uns, denke ich, schon ein bisschen weiterhelfen. Ich habe mir übrigens überlegt, dass sie alle 20 Kinder ein Makeover bekommt, damit wir jetzt nicht immer so sie gleich aussehend haben. Und ich finde, alle 20 Kinder ist ganz angenehm so. Weil ich meine, dann würde es halt quasi fünf Makeover geben und ich finde, das ist voll okay. Okay, was haben wir denn hier für coole Sachen? Ich lese ja mal alles durch und dann suche ich mir was aus und teile euch dann mit, was ich mir ausgesucht habe. Ich nehme das hier. Es geht darum, dass wir seinen Aquazischer reparieren, aufpolieren, besser gesagt. Und es ist direkt und es ist 46 Dollar die Stunde und die Fähigkeit haben wir auch. Deswegen würde ich einfach mal das hier nehmen. Los geht's. Es beginnt um 10 am Donnerstag, also gleich halt. Wir können ja keinen Babysitter holen, weil das ist ja gegen die Regeln auch auf jeden Fall. Deswegen werde ich sie dann einfach das Dings machen, also dass sie halt... Oh, wie heißt denn das? Dass sie in die Tagespflege da kommt. Da lernt sie dann zwar auch nichts, glaube ich, aber passiert. Zur Tagespflege checken. Okay, sie hat die Schöpfchenfähigkeit erworben, vielleicht lernt sie doch. Oh, sie lernt doch. Cool. Oh, warte, da stand was. Großer Erfolg. Der Kunde sollte darauf hoffen, dass die Strandbesucher ihre Sonnenbrille mitgebracht haben, denn sein geliebter Aquazischer glänzt. Als Melody mit dem Wachsen fertig war, war der Lack professionell retustiert. Dafür erhält sie sicher einen hübschen Bonus und eine erhebende Gelegenheitsjobbewertung. Ergebnis 184. 18 Trinkgeld. Die Beziehung von Enrico hat sich für ein Passat. Geil, wir lernen dadurch auch neue Typen kennen. Das ist ja perfekt. So, wie geht's ihr? Gut. Dann könnte sie theoretisch eigentlich nochmal nach neuen Jobs suchen. Wir können ja einen nehmen, der halt nicht direkt ist, damit das Kind aber mal ein bisschen lernt. Oh, unsere Tochter ist da. Chiara. Aber Level 3 der Fitnessfähigkeit haben wir leider nicht. Haben wir Level 3 der Charisma-Fähigkeit? Aber das ist auch direkt. Das ist alles direkt gerade. Oh, warte, habe ich die Fähigkeit? Habe ich Level 3 in Charisma? Na jo, dann machen wir das einfach. Vor allem der Name. What happened? Hä? Aber sie muss dann ja nicht mal zur Tagespflege-Dings, weil sie, weil ihre Geschwister dann ja nach Hause kommen. Das ist gut. Sie kann ja bis dahin einfach mal ein Buch schreiben. So, die kommen alle von der Schule. Das ist schön. Müssen wir mal gucken, was mit denen jetzt abgeht, während ihre Mutti zur Arbeit geht. So, alle haben ihre Beschäftigung gefunden. Sie geht arbeiten. Mal sehen, was daraus wird. Und nochmal ein großer Erfolg. Melody war lustig. Melody war Schamann. Melody war die verflickste, beste Wingwoman, die man sich vorstellen konnte. Sie sorgte dafür, dass der Kunde noch cooler rüberkam als sie selbst. Und sie war schon extrem cool. Die Leute standen Schlange rum, um den Arm mit den Beinen zu verbringen. Und das war alles, was... Alles Melody und ihrem legendären Charme zu verdanken. Und das 26 und 37 Trinkgeld. Cool. So, sie bleibt jetzt erstmal hier auf jeden Fall. Dann geht das mal duschen. Und dann kann sie einfach mal ihr Buch schreiben. Und alle werden wie netter Schule. Außer sie, weil sie noch ist. Aber das ist okay. Ui, morgen ist Silvester. Das werden wir natürlich auch ein bisschen feiern. Huch! Äh, ich glaub, der ist kaputt. Also, er ist jetzt schon Zweierschüler. Das ist schön. Kann auf jeden Fall seine Hausaufgaben machen. Dann wird er nämlich bald gealtert. Yay! Ja, Level 3 in der Fantasiefähigkeit. Fehlt auch nicht mehr so viel bei ihr. Also, jetzt haben wir einen Pappkarton. Den können wir verkaufen. Das ist gut. Ich würde sagen, sie trainiert jetzt auch einfach mal ein bisschen. Also, unsere gute Melody. Weil, to be honest, sie hat halt ein bisschen zugenommen, so. Und, ähm, warum sollte sie nicht mal ein bisschen abnehmen? So, einfach mal so. Nicht, weil sie jetzt irgendwie zu dick wäre oder irgendwas. Sondern einfach, ich glaub, sie ist einfach nicht mehr so zufrieden, wie sie es mal war. Und deswegen hat sie sich jetzt dafür entschieden, dass sie einfach mal ein bisschen Sport macht. Ich mein, ich weiß nicht, ob es zu gut wäre, weil sie ja schwanger ist. Aber, Dinge passieren. Wir haben bald 200.000. Juhu! Da fehlt ja schon gar nicht mehr so viel. Was haben wir denn jetzt gerade so bei unseren Jobs? Gucken wir uns mal an. Das ist halt, denke ich, ganz okay. Ich glaub, ich würde das nehmen. Ach so, Mama. Oh. Nein, ich würde das doch nicht nehmen. Upsi. Nehmen wir was anderes. Nehmen wir einfach das erste hier, weil sie hat die Fähigkeit ja schon. Beginnt um 8 Uhr am Samstag. Das ist okay. Ist dann zwar an Silvester, aber wir werden es überleben. Die haben sich gerade verprügelt. Ähm, okay. Als ob der Kuchen verdorben ist. Uff. Da muss ich halt erst mal, wenn ein Kind alt hat, äh, neue Kuchen backen. Sad life. Es ist Silvester. Ja. Das dekorieren wir auch. Juhu. Yay. Das ist immer das Einfachste von den Sachen, die man hier erfüllen kann. Oh, und wir müssen unbedingt einen Vorsatz fassen. Das ist gut. Oh, wir haben Feinschmecker. Äh, fertig. Was möchten wir denn? Ein Buch schreiben. Ein Buch schreiben, das kriegen wir halt hin. Und dafür kriegt sie halt auch extra diese Punkte. Steht nämlich hier. Und dann kriegt sie extra hier solche Punkte auch. Und deswegen, da bin ich dabei, Leute. Die Punkte brauchen wir. Wir möchten gute Sachen haben, ja. So, die Kinder können ja auch alle einfach mal einen Vorsatz fassen. Wie wär's. Und die können dann einfach irgendwie dieses besser in der Schule werden oder sowas. Oder eine Fähigkeit verbessern. Ja, passt schon. So, Melody ist zur Arbeit. Und alle haben ihren Vorsatz gefasst. Wie schön. Tantiemen fast 4.500, Alter. Das ist schon krass. Wir haben die 100.000 überschritten. Juhu. So viel fehlt nicht mehr. Großer Erfolg. Und Kisch, Kisch. Ja. Wann kriegt sie denn ihr Kind? In Bindungen, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Also ich wär dabei. Kind kann ruhig ruhig kommen, bitte. Danke. Ich lass die jetzt alle mal ein bisschen Spaß haben und so, you know. Sie mal einfach random ihre Hausaufgaben. Same. Okay, Level 3 der Denkfähigkeit hat sie erreicht. Fehlt nicht mehr viel. Nur noch Bewegung. Oh, die wehen. Baby im Krankenhaus bekommen. Ich komm mit. Ich möchte nämlich das neue Krankenhaus platzieren. Ich hab nämlich eins abgespeichert gehabt. Dann muss ich mir nur kurz nochmal den Cheatcode raussuchen. So, jetzt müssten wir da hinkommen. Und dann muss ich mal in meine Galerie gehen. Das hab ich mich hier abgespeichert. Das möchte ich haben. Möbeliert. Ja. Und da ist es auch schon. Und es sieht echt hübsch aus. Also kannst du nichts gegen sagen, du. Also, das gefällt mir schon richtig gut. Sieht einfach echt schön aus. Hat die Person richtig gut hinbekommen. Gut. Wo ist denn der Empfangsschalter? Also ich muss mich jetzt erstmal hier zurechtfinden. Entschuldigung. Ich glaub, der oben ist. Ja, jetzt ob. Dann geh schon mal da hin. Aber es sieht so schön aus. Hat dann einfach eine ganz andere Atmosphäre als das Original Krankenhaus. Deswegen. Es war schon nötig, dass wir mal was Neues haben. Ein Empfang anmelden. Bin sowas von ready einfach. Warum unterhält sie sich jetzt? Kann sie nicht einfach losgehen? Wo sind denn die OP-Räume? Geh da hin, Girl. Das Moodlet geht einfach weg. Entschuldigung. Hallo. Was passiert denn jetzt? Nichts. Es geht doch nicht weg. Kannst du aufhören, mit der zu reden? Vielleicht geht's dann weiter? Hm, da steht aber auch nur Plaudern. Aber sie geht auf jeden Fall schon mal runter. I don't know. Silvester war erfolgreich. Uh. Kommt man da nicht rein oder so? Warum nicht? Wie in den Lampen? Geht's jetzt? Müsste sie da eigentlich rein können? Ja. Sie kommt auf jeden Fall rein. Dann müsste sie jetzt eigentlich operiert werden können. Beziehungsweise halt einfach ihr Kind zur Welt bringen können. Okay. Sie geht in den anderen Raum. Und sie geht auf die Liege. Okay. Es geht weiter. Finally. Oh, ich dachte schon, ey. Meine Bedürfnisse sind einfach wieder gesunken. Excuse me. Ein Junge. Wir nennen ihn David. Wir sind unbedingt nach Hause. SOS. Yay. Kind ist da. So, dann müssen wir warten wieder, bis jemand auszieht. Und dann ist das Opfer, wird ja Victor Feng. Hatten wir ja schon ausgemacht. Oh, es ist Frühling. Das ist auch cool. Das Kind wird dann ja am Dienstag gealtert. Ja. Dienstag. Das muss ich mir auf jeden Fall in mein Hirn reinbrennen. Es muss funktionieren. Ich beende den Part aber an dieser Stelle. Wir werden dann an diesem Tag einfach weitermachen. Es ist jetzt morgens und es ist nicht so geplant gewesen. Es ist ein bisschen schief gelaufen und Dinge sind passiert, die nicht hätten passieren sollen. Es ist aber okay. Es ist Sims. Da muss man damit rechnen, dass sowas passiert. Aber wir haben jetzt das Kind von Väterchen Frost auf die Welt gebracht. Den guten David. Und wir haben jetzt endlich mal wieder eine Jahreszeit, wo nicht alles düster und trüb aussieht. Wir haben schon viel gespart. Es fehlt nicht mehr so viel Geld, bis wir dann finally ins neue Haus ziehen können. Ich freue mich schon so sehr darauf, weil ich freue mich einfach. Vor allem, weil wir dann auch mal wieder in eine andere Stadt kommen und ein bisschen was anderes sehen. Und es ist einfach mal fällig, okay? Wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss.